Hallo Tafraner, wir sind euch noch eine Verlosung schuldig und zwar von der Aktion vom Wochenende. Wir haben alle Namen von den Leuten, die uns bewertet haben, aufgeschrieben und hier in diesen Helm gepackt. Und da werden wir jetzt den Gewinner rausziehen. Verwandtschaft und Freunde sind natürlich ausgeschlossen. Eine Wildcard für den Tafran 2014 gewinnt Ralf Süß. Herzlichen Glückwunsch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017